Herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Heute wieder eine Folge der Weg zum eigenen Unternehmen mit Yasmin Marti und Martina Moreon. Wir probieren es gerade ein zweites Mal. Das erste Mal hat es irgendwie nicht geklappt mit der Aufnahme. Jetzt hoffen wir, es klappt alles das Mal. Darum die allerersten Fragen haben sie mir schon mal beantwortet, aber euch beantworten sie sie gerade jetzt das erste Mal direkt. Yasmin, erzähl mal, was ist letzten Monat passiert? Ich weiss jetzt ein bisschen etwas, aber fange mal ganz von vorne an. Was hast du erreicht, was ist so bei dir los gewesen? Ja, ich bin direkt, also nach unserer Aufnahme sind wir nachher auf Stuttgart, Martina und ich mit Provin. Und nachher hat es mich total hergelegt. Also ich bin flachgelegen eine Woche, es ist gar nichts gegangen. Und ja, in dieser Woche, also ich bin natürlich extrem gezwungen worden, einfach mal nicht erreichbar zu sein, mal nichts zu schaffen, nichts zu vorbereiten. Am Anfang habe ich mir gedacht, nein und überhaupt. Und dann habe ich es einfach angenommen. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist es so, es geht nichts, akzeptierst du das. Und dann ist etwas Magisches passiert. Ehrlich im Prozess des Loslassen. Okay. Genau. Magisch. Angeheisert. Kommst du nachher darauf zurück, was bei dir passiert ist, weil bei der Martina ist ja ein bisschen etwas Ähnliches gewesen, aber etwas ganz anderes passiert. Ich weiss eben noch nicht, was passiert ist, aber ich weiss, dass du auch krank warst, nicht, Martina? Ja, genau. Eben so. Yasmin und ich, wir machen ja immer ähnliche Sachen. Also ich war ja auch in Stuttgart. Wir hatten das Riesengeld. Und ich war dann nachher im Spital gewesen und auch flachgelegen. Es ist nichts gegangen. Genau. Einfach so ein anderes Resultat als bei der Yasmin. Okay. Zuerst nochmal, euch geht es gut. Nicht mehr krank, beide wieder gesund. Gut. Was habt ihr denn gehabt, dass du sogar im Spital gelandet bist? Also ich habe einfach eine extrem starke Bronchitis gehabt. Das klingt immer so easy. Und wenn es dann hast, merkt es so, wenn du so keine Schnaufe bekommst, findest du so, ja, das wäre doch nicht so cool. Du weißt einfach wieder alles zu schätzen. Genau so. Aber du hast eben auch in diesem Fall Zeit gehabt, dir Gedanken zu machen und einmal ein dich zu gehen. Und zum Respekt ab? Im Spital, gut. Bei der Yasmin ist etwas Magisches passiert. Du hast gesagt, für dich hat sich glaube ich auch irgendwie etwas verändert, aber etwas ganz anderes. Yasmin, also erzähl mal, nimm mal es mit in deine Gedankenwelt. Was ist da Magisches passiert? Was hat sich bei dir verändert? Ja, das ist aus dem Sack. Aber am Freitag ist wirklich nicht mehr gegangen und dann am Mittwoch habe ich zu meiner Tochter gesagt, komm, jetzt probieren wir mal, ob es Mami ein bisschen verhause mag. Wir haben uns bereit gemacht. Und da habe ich einfach so das Gefühl gehabt, schau noch schnell ins E-Mail rein. Was ich wirklich, ich habe nichts gemacht in den letzten Tagen, schnell ins E-Mail rein geschaut, bis sie bereit war. Und dann habe ich eine Anfrage gehabt, von einer Kundin. Und dann habe ich meine Energie wieder gehabt, dann bin ich wirklich in den Stuben herumgetanzen, habe das so gefeiert. Und meine Tochter hat dann gesagt, das funktionieren. Also das heisst, du hast die erste Kundin gewonnen? Ich habe die erste Kundin gewonnen, live. Also ich durfte zu ihr nach Hause gehen, wirken. Und am Donnerstag hat sich noch mal eine gemeldet, die ist von Deutschland. Mit ihr habe ich direkt nach unserer Podcastaufnahme das Können-Lehrgespräch gehabt. Und die hat auch noch zugesagt. Also habe ich eigentlich eine live und eine online. Yes, also kannst du jetzt noch mal in den Stuben herumtanzen, wenn du willst, dass wir zuschauen können. Cool, gratulieren. Mega cool. Super, die ersten Kunden sind immer die Besten und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dich so feierst und nicht von der Tochter loslassen aufhören. Nein, perfekt, mega cool. Also das muss man feiern. Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Einvertrag. Was heisst jetzt in dem Sinne, loslassen? Also weisst du, wenn man es nicht immer nur versucht zu forcieren, sondern einmal zu machen lassen, aber es ist immer so eine Mischung zwischen beiden. Das sagt man dir nicht. Ja. Ja. Also wie definierst du loslassen? Ja, ich kann dir nicht sagen, was passiert ist auch in meinem Kopf viel passiert. Also weisst du, einfach akzeptieren, hey, jetzt geht nichts. Jetzt kannst du einfach ein paar Tage nicht arbeiten. Und das auch geniessen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ähm, auch geniessen. Ich kann das nicht beschreiben. Vielleicht ist es auch Zufall. Aber für mich ist es wie, ähm, ja, einfach loslassen und dann läuft es. Jetzt ist es wieder ganz eine andere Energie gewesen, als ich wieder gestartet habe. Perfekt. Also natürlich, ich meine, Krankheit ist nochmal etwas anderes, aber es ist ja sonst wichtig, dass man zwischen dir mal den Kopf frei bekommt und du nicht immer nur arbeiten und dann mal sich ganz bewusst Zeit nimmt. Wir kommen nachher sicher nochmal auf die Details rettet. Ähm, aber gehe ich wieder mal rettet zu Martina. Du hast gesagt, bei dir ist es ein anderes Fazit gewesen. Was hat sich denn bei dir in dieser Zeit ergeben? Oder, ähm, was ist, wie hat sich vielleicht deine Situation auch verändert? Ähm, meine Situation verändert. Also, ich bin einfach dran geblieben an dem, was ich schon gemacht habe, neben das, was funktioniert, habe, ähm, genetzwerkt, eben, im Spital erzählt, was ich mache. Den Dektor, das ist sehr, äh, ja, interessant, die Gespräche. Spannend. Ähm, es hat sich bemüht daraus ergeben, aber, äh, ja, ist vielleicht auch gescheiter. Ähm, auf jeden Fall, ja, einfach nochmal so zu merken, okay, vielleicht auch nochmal einen Gang zurückschalten, eben zuerst einfach gesund wieder werden, und erholen. Und eben, das ist ja das, was ich immer gesehen habe, aus, aus einer Energie schaffen, wo es dir gut tut, und nicht so ausgemärgelt, noch, irgendetwas, was machen. Und, bei mir ist es mehr so gewesen, loslassen, den letzten Monat. Genau. Das ist so, eben loslassen von krank sein, loslassen von, auch noch anderen Sachen. Mhm. Und jetzt, so habe ich mir Zeit geschaffen, Fokus geschaffen, und, ja, hoffen, am nächsten etwas anderes zu teilen. Aber, das heisst, der erste Kunde, ähm, hat es bei dir noch gegeben? Hat es nicht gegeben, nein, ich bin ja jetzt dran, mit meiner, nicht zahlenden Kundin, also ist ja auch, genau, und das ist einfach mega schön, ihre Entwicklung zu sehen, also zu sehen, das, äh, ist einfach mega schön, aber eine zahlende Kundin ist noch nicht gekommen. Mhm. Ja, ich denke, das ist immer mega schön, eben auch zum, es gibt dir ja auch ein Gefühl, zu wissen, was hat es überhaupt wert, ähm, wie viel bringt es ihnen, dass, dass da ein gutes Gefühl bekommt, vielleicht in zukünftigen Verkaufsgesprächen und so weiter. Ja, du hast gesagt, es ist ein bisschen loslassen, natürlich eben noch krank, im Spital gewesen, aber was sind vielleicht so deine, ähm, Tätigkeiten gewesen, im Verkauf, oder weisst, was hast du jetzt dafür gemacht, um eine Kundin zu gewinnen, äh, was hast du so gemacht, ja? Ja, ich habe, sozusagen, Netzwerk weiteraufgebaut, also, ich bin auch, habe dann einen Podcast angeschrieben, den ich mega cool finde, gerade Zusage übergekommen, Aufnahme, der kommt heute übrigens raus, also, ich weiss jetzt nicht, wenn, ja, wenn wir denn das ausstrahlen, aber, äh, und das habe ich, für mich ist sowieso so gesehen, wow, ich darf dort dabei sein, also, mega hohe Freude, also, immer noch, und, ja, einfach so, das ist mein Ziel weiterhin, einfach dorthin gehen, wo, wo ich finde, es so einen schönen, coolen Bereich, und mit denen vernetzen, und ich habe das Gefühl, es kommt dann schon, also, natürlich gehe ich jetzt nicht, nur im Podcast, also, dann jetzt noch Flyer drücken, dann noch verteilen, dann, noch mit Leuten anschreiben, wo ich schon im Netzwerk habe, und, eben jetzt, äh, ja, also, im November habe ich wirklich einen klaren Plan, wenn ich da weitergehen möchte. cool, ähm, erzählst du nachher mal den klaren Plan, ein bisschen detaillierter, aber dann gehen wir mal zu der Jasmin, ähm, und, ich möchte dich mal fragen, wie, du hast gesagt, du bist krank gewesen, und dann hast du die Anfrage bekommen, ähm, und das eine Gespräch hast du gerade noch, und du bist noch gesund gewesen bist, genau nach der Podcastaufnahme, wie sind die zwei Kundinnen zustande gekommen? Hast du mal analysiert, weißt du, was vorher gemacht ist, wie haben die auf dich gestossen sind, und so weiter? Es hat nicht viel zu analysieren gegeben, bei den ersten, also, bei denen, wo ich vor Ort gewesen bin, ähm, mich hat jemand empfohlen, von meinem vorher, also, eigentlich eine Kundin, von meinem, also, von meiner vorherigen, Arbeitsstelle, ähm, und es ist so schön, ich bin nur einmal, bei dieser Familie gewesen, und, äh, es hat sich einfach, ja, wir haben uns auf Anhieb verstanden, haben nachher, nachher ein bisschen geschrieben miteinander, und sie hat mich dann auf Insta, äh, ist mir gefolgt, und hat gesehen, was ich mache, und es ist ihre Freundin, also, sie hat mich ihrer Freundin empfohlen, und die zweite von Deutschland, wo es online wird stattfinden, ähm, Martina und ich, haben, äh, Zeig dich Challenge mitgemacht, auf Facebook, ich glaube, das ist im September noch gewesen, weiss gar nicht, und dann, ja, haben wir wirklich coolen Kontakt, mit all diesen Teilnehmer, und dann hat eine reingeschrieben, ah, so schade, wo nicht alle auf Raum coacht, so weit weg, und dann habe ich sie angeschrieben, und gesagt, eben, wir können das auch online machen, und dann ist wieder eine Zeit verstrichen, und dann habe ich ihr ein Könnenlehrgespräch, angeboten, habe ihr gesagt, vielleicht habe ich dir da schon, ein paar Tipps mit an die Hand gegeben, und dann haben wir das Könnenlehrgespräch gehabt, und dann habe ich eine Woche nichts gehört, und, ja, dann aufs Mal ist sie gekommen, und jetzt ist wieder lange nichts gewesen, weil sie ist auch noch krank gewesen, und mit der Kinderbetreuung eher schwierig, und jetzt hat sie mir, glaube ich, gestern einen Terminvorschlag geschickt, oder beziehungsweise gefragt, ob es mir denn geht. Das klingt doch sehr gut. Ja. Also das Erste mit der Empfehlung, oder, ist etwas, wo, natürlich gibt es nicht viel zu analysieren, und trotzdem muss man sich überlegen, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich selber, es gibt nichts, so wertvolles wie eine Empfehlung. Mega, ja. Also ist auch dort die Frage, oder wie könnt ihr vielleicht die Empfehlungen generieren, oder wo gibt es Leute, die euch kennen, die vielleicht schon mit euch zusammengearbeitet haben, die euch weiterempfehlen könnten, und vielleicht dort einmal, jetzt nicht übertrieben grübeln, aber einfach einmal erklären, was sie ist, kennst du vielleicht jemanden, mich könntest du weiterempfehlen, wie das ist halt einfach etwas, wenn man jemanden vertraut hat, und der sagt, hey, mach das, es hat mir mega geholfen, oder ich weiss, es bringt dir ganz sicher etwas, das ist so viel mehr wert, wie irgendwie ganz, ganz viel anders. Mhm, extrem. Also von dem her, dort einmal zu schauen, was gibt es, oder vielleicht auch der Person, die empfohlen hat, mal schreiben und danke sagen, und vielleicht, vielleicht gibt es noch jemanden, zwei, oder, wo sie kennt, und, also dann auch für die Martina, oder, also die weiterempfehlungen, sind natürlich immer krass, also bei dir Martina, natürlich auch zwingend, mit der bestehenden Kundin, oder, die zwar nicht gezahlt hat, aber da wirklich, dann soll sie wenigstens mit der Mitterempfehlung zahlen, dafür, dass sie dir dann so, wirklich unter den Armen greift. Jasmin, was sind denn jetzt genau die Angebote, die du verkauft hast, von der ersten Folge, auf die zweite Folge, hast du ja nochmal ein bisschen Anpassungen gemacht, wie sieht es denn jetzt aus, was hast du effektiv, angeboten und verkauft? Bei ihr von Deutschland, ist es einfach drei Stunden, 360 Franken, also, sie hat dann gesagt, sie schaut mal, sie will mal schauen, und nachher können wir sonst immer noch weitermachen, und, bei den zwei, also bei den ersten, als ich vor Ort gewesen war, haben wir dreimal drei Stunden gemacht, für 990 Franken, ähm, und sie wird vielleicht noch weitermachen, ich habe einfach für mich, wie gemerkt gehabt, was soll ich das jetzt sagen, es ist am Anfang, so ein bisschen schwierig, zum einschätzen, wie viel Zeit brauchen wir wirklich, ähm, und habe auch so ein bisschen wieder gemerkt, ja, den Preis und so, ich bin aber hart geblieben, weil ich einfach finde, ja, ich habe auch mein Zeug, also hart geblieben, das klingt jetzt so, ich habe ihm den Kilometerzuschlag geschenkt, das bin einfach ich, ich habe so schnell, nicht mitleid, aber, ja, wie soll ich sagen, ich denke, ich kenne es ja, ich weiss, wie es ist, wenn es halt finanziell nicht rund läuft, ich tendiere dazu, immer so ein bisschen entgegenzukommen, und da noch etwas, und ich glaube, mit dem muss ich einfach hören, also, ja, ja, also, ich meine, wenn du jetzt für 9 Stunden 990 Franken verlangt hast, nach Verhandeln, sage ich jetzt mal, und schon entgegenkommst, ist das immer noch ein Preis, wo du sagst, das passt, oder, wenn du jetzt am Schluss das Ganze für 400 Franken verkauft hättest, dann müsstest du natürlich schauen, aber das gehört einfach meiner Meinung nach dazu, da kann dir jeder sagen, musst du aufhören mit dem, und musst du irgendwie härter bleiben, oder, aber der Prozess, der braucht es, also, eben, es ist deine erste zahlende Kundin, du hättest sie auch irgendwo auf keinen Fall natürlich wollen, verlieren, und dann ist es ja normal, dass man sich halt irgendwo findet, und du nachher lernst fürs nächste Mal wieder, okay, was habe ich überhaupt für Spielraum, wo habe ich Spielraum, also wird mir gezahlt, ich kann härter bleiben, weil es gibt die Leute, die den Betrag zahlen, und dann steigert sich das vielleicht so, langsam aber sicher drin hinein, also, denke ich, und, das zweite, was wir auch schon besprochen haben, glaube ich einfach, ist bei dir so, die Zeit, die es braucht, behauptlich ist für den Kunden auch nicht relevant, sondern das ist so, für dich am Schluss, ähm, das, was dir den Preis rechtfertigt, in deinem Kopf im Moment, weil du das Gefühl hast, ja, wenn ich halt 10 Stunden aufwende, hat ja das mehr Wert, als wenn ich 3 Stunden aufwende, aber am Schluss, ist doch für den Kunden nur entscheidend, dass es aufgeräumt ist, und er weiss, wie es in Zukunft, muss aufgeräumt werden, und alle Tools hat, die er dafür braucht, und eigentlich spielt es doch für ihn keine Rolle, ob es eine Stunde oder 10 Stunden ist, weil das Ergebnis ist da, wo er zahlt, und da einfach, meine Empfehlung, probiere aus dem, Zeitdenken, für dich rauszukommen, und ihm ein Ergebnis zu verkaufen, und dann ist es nämlich auch egal, ob du 9 Stunden hast, oder ob du 12 Stunden hast, du lernst ja das mit der Zeit, ist ja logisch, im Moment ist es schwierig einzuschätzen, aber in mehr Kunden und Kundinnen das testen, desto einfacher kannst du es einschätzen, und dann aber das Ergebnis verkaufen, und wenn du halt am Schluss noch einmal mehr musst, dann hast du falsch kalkuliert, am Anfang, oder, weisst du, was ich meine, also, das ist einfach so, das denken, das haben wir ganz normal, das ist irgendwie, wir leben mit dem, wir wachsen mit dem auf, ich tue Zeit gegen Geld verkaufen, und aus dem, ein bisschen, probiere ich wegkommen, weil es gibt, wenn wir ein Produkt kaufen, ist das völlig logisch, dass wir, überlegen wir nicht, wie lange hat das dauert, um das produzieren, aber wenn wir eine Dienstleistung haben, dann, überlegen wir sich da vielleicht so, am Schluss ist entscheidend, was der Kunde für das Ergebnis hat, aber cool, gratulieren, hey, in dem letzten Monat, in dem Fall, 1350 Franken Umsatz gemacht, oder zumindest, Volumen reingeholt, genau, gratulieren, das ist doch ein super Start, Martina, du hast gesagt, du hättest dir für den November, einen Plan gemacht, jetzt, was vorhörst, was machst du, dass das nächste Mal, wenn wir das nächste Mal miteinander reden, hoffentlich bei dir auch passiert ist, und dann kannst du sagen, yes, ich bin der Stubbe rumgetanzt, weil die erste Kundin zugesagt hat. Also, die Stubbe würde nicht langen, wenn es auch soweit ist, wirklich da auch darauf hinweisen. Dann nochmal ein Podcast, also bin nochmal in einem Podcast drin, richtige Profi nachher, und das ist so das Medium, ich finde das so cool, und das möchte ich auch noch mehr machen, also da gehe ich noch weiter schneiden, und, ja, ich habe dann mehr Zeit, dass ich wirklich auch, eben, ja, nicht mehr am Angebot rumschraubeln, da lasse ich jetzt die Finger davon, also es ist auch das Ziel zum Nichtmachen, das ist gut, ich lasse ihn in Ruhe, genau, und, einfach die Gespräche aussuchen, wirklich die 30 Minuten, wie man mich anbieten, und, ich habe auch schon eine Liste auf Personen, die ich kontaktieren möchte, Fragen, wo kann ich sie unterstützen, genau, die werde ich sicher auch noch angehen. Perfekt, also, jetzt bin ich absolut bei dir, das Angebot mal sein lassen, so wie es ist, weil, wenn du nachher noch jemanden hast, wo es eben wirklich ein Thema ist, dann passiert es automatisch, wie bei der Jasmin, dann kommst du irgendwie, am Anfang in ein Verhandlungsgespräch, vielleicht sagt jemand, ja, zeig das nehme ich, vielleicht frage dir, was passiert, und dann, kannst du individuell auf die Person anpasst, immer noch daran rumschrauben, und schaust, okay, was machen wir jetzt bei dir, und wo kann ich dir entgegen gehen, und wie kann ich, das ist normal, auch vor dem nicht, irgendwie nachher ein schlechtes Gefühl haben, oder ein schlechtes Gewissen haben, sondern, also, ja, natürlich können alle Leute, ich kann mir behaupten, das darfst du nicht, und das passiert nicht, ich behaupte, es ist normal, es gehört dazu, ähm, weil, es bringt nichts, jetzt noch x Schulungen zu machen, die richtig, bevor du überhaupt das erste Mal etwas verkauft hast, mach das, nimm das an, und dann ist der Moment, zum Überlegen, okay, ah ja, sie hat das und das Bedürfnis, vielleicht kann ich sie so und so machen, und nicht vorher. Hast du dir ein bisschen etwas vorgenommen? Vier Netzwerke treffen, wie gehst du in so ein Netzwerktreffen hinein? Also, weißt du, was hast du da, sind das spezifische Netzwerke, sind das immer das Gleiche, sind das unterschiedliche? Wie laufen die ab, und wie möchtest du dich da präsentieren? Ich drücke mal ein Liebchen, das draufsteht, nein, nein, warum nicht? Ja, habe ich früher auch mal gemacht, suche WG, aber, ja, in dem Zusammenhang, ja, es ist nicht so erfolgreich gewesen, darum habe ich gedacht, ich lasse es jetzt. Okay, gut. Genau, beim einen ist wirklich, dass ich dann als Gast, sozusagen, dabei bin, und schaue, dass ich dort auch, eben, da kann man sich damit vorstellen, die Chance nutzen, die zwei anderen sind, von den Macherinnen, das ist das Frauennetzwerk, wo eben schweizweit, kannst du sein, es sind einfach verschiedene Regionen, also das heisst, es gibt dort auch wieder neue Leute, die ich kennenlernen darf, und dann noch ein drittes, genau, und ich mache mich einfach, so, ich habe dann einfach ein Ziel, dass ich einfach mit fünf Kontakten, weisst du, reden, und vielleicht kann ich Ihnen schon erste Sachen weitergeben, oder einfach halt auch wichtig zuhören, gell, nicht nur, dass man gehört, was ihr anliegen ist, und so mache ich mich vorbereiten, vielleicht nochmal ein bisschen Liftpitch üben, aber meistens kommt es ja eh anders, das ist auch etwas, was man lernt, wenn man es öfters gemacht hat, wie möchte so ein Netzwerk nachbearbeiten, also einfach für alle, die zuhören, oder, man hat häufig so, dass man sich vorbereitet auf so Sachen, und dann ist es durch, und dann passiert vielleicht gerade nichts, und dann bereitet man das nächste vor, und da ganz wichtig, dass man das, was man gemacht hat, auch super fertig macht, und fertig bearbeitet, und eben nicht nach dem Netzwerk mit 5 nicht geredet hat, und dann ist es schon das nächste Netzwerk, wo du wieder 5 hast, und dann das nächste, wo du wieder 5 hast, und die ersten 5 hast du schon wieder vergessen, sondern, was hast du dir da vorgenommen, um wirklich auch so ein Netzwerk dann nachbearbeiten, und die mindestens 5, und die jedes Mal, die das ansprechen, an Stangen zu behalten? Mhm. Dort, eben, also das ist zum einen der Connect auf Social Media, also die Kanäle, dass man mal von ihrer Liste, und sie von einem auch, und mein Ziel ist halt schon auch, eben, dass es vielleicht gerade irgendein 30 Minuten Gespräch gibt, oder so, also schon auf das raus, oder halt, eben den Kontakt nutzen, gegenseitig. Das ist so, also, ich glaube, also ich habe noch nichts zu bieten, ja, im Kontext auch. Ja, ich glaube, du musst irgendwie, aber das kommt ja automatisch, weißt du, vielleicht gibt es andere Frauen, die ja auch das erste Mal an den Netzwerken sind, denen geht es ja vielleicht manchmal gleich, sind ja nicht alle, die jetzt sind schon, sind Jahre dabei, und haben ein riesen Netzwerk, das hat man manchmal das Gefühl, und macht sich selber kleiner, wie man ist. Das ist ja auch nicht so. Ich glaube, du musst wirklich ganz direkt die am Schluss anschreiben, nachher, also wenn es im Netzwerk nicht wird, du merkst ja, wenn du jemanden kennenlirst, gibt es die, wo es überhaupt kein Thema ist, und das ist okay, mit denen kann man mal ein bisschen connecten und in Kontakt bleiben, bei denen, wo du dir vorstellen kannst, mal, das wäre wirklich interessant, wirklich vor Ort, schaue, dass du vielleicht eine Handynummern rüberkommst, mal ein WhatsApp anschreiben, und dann ganz gezielt mal anschreiben, und sage, eben, ich habe das Gefühl, aus dem Netzwerk, ich könnte dir mega weiterhelfen, und du hast da einen Bedarf, wenn wir nicht einmal 30 Minuten reden, dann kann ich dir Tipps geben, und schaue, vielleicht geht etwas darauf, aber dass du wirklich am Abend, oder nach dem Netzwerk, anhagst und dir mal überlebst, wer habe ich jetzt kennengelernt, wer ist wirklich interessant, für wer würde es wirklich stimmen, und dann bei denen, mal schaue, wenn du keinen Kontakt hat, oder überkommst, hast du nichts an dem Netzwerk, wo finde ich die, kann ich die direkt anschreiben, über Social Media, und nicht nur so, wir folgen dann halt jetzt mal gegenseitig, sondern halt wirklich in den 1 zu 1 Austausch, zum probieren, von dem 1 zu 1 Austausch, wo du wahrscheinlich schreibst, dann ein 30 Minuten Gespräch zu machen, wo vielleicht dann etwas daraus entsteht, aber es ist ganz normal, man hat am Anfang, wenn man anfängt, das Gefühl, hey, ich brauche einen riesen, ich brauche jetzt 1'000 Follower, und 10'000 Follower, und dann kann ich irgendwie raus, und dann werde ich ernst genommen, dabei ist es viel, viel wichtiger, mit den paar Kontakten, die man hat, dass das die Richtigen sind, und dort in 1 zu 1 Austausch zu gehen, und bei denen dann etwas zu verkaufen, ist viel wichtiger, also ich habe schon so viele Leute im Podcast gehabt, die haben keine Social Media, aber machen Millionen Umsätze, oder, also das ist, wenn man dann zu dieser Social Media Bubble ist, manchmal auch einen Eindruck, wo man hat, ich brauche ein riesen Netzwerk, und wenn ich erfolgreich will, dann brauche ich tausende von Followern, irgendwo auf LinkedIn, auf Instagram, egal wo, das ist 1 Modell, aber es ist nur 1 Modell, das es überhaupt nicht braucht, also, und, dass man sich das auch mal bewusst macht, und aus diesen Kontakten, die man hat, das Maximum rausgeholt, und nicht immer das Gefühl hat, ich muss Social Media machen, das braucht es, um erfolgreich zu sein, weil, also, ich habe, einen guten Teil von den Leuten, die im Podcast waren, die haben vielleicht ein privates LinkedIn-Profil, keine Social Media nebenan, haben noch nie irgendwie einen Kunden über LinkedIn, aber haben Unternehmen, die 20 Mitarbeiter haben, und dass man sich das einfach bewusst ist, und sich nicht von dem abhalten lassen, sondern mit den Kontakten, die du hast, aus jedem einzelnen Maximum rausgeholt. Viel wichtiger. Jasmin, was ist bei dir geplant? Martina hat sehr, sehr viel geplant, und das klingt schon mal erfolgsversprechend, was machst du jetzt du im nächsten Monat? Du hast ja gesagt, du durst ein bisschen loslassen, oder hast du gemerkt, loslassen bringt etwas? Was hast du geplant, im nächsten Monat, dass die weiteren Kunden dazukommen, und es nicht bei diesen zwei bleiben? Ganz ehrlich, ich habe nichts geplant. Ich habe gemerkt, also das ist noch krass, ohne die zwei Kundinnen zu haben, habe ich wie so das Gefühl gehabt, jetzt kann ich ein bisschen zurücklehnen. Und es ist, also weisst, einfach, das ist so ein bisschen der erste Gedanke gewesen, ach super, jetzt hast du einfach so ein bisschen Luft. Ich habe im Moment so ein bisschen ein bisschen eine Zeit, wie soll ich sagen, einfach eine Herausforderung mit der Zeit. Ich habe mich auch so gefreut, bis meine Tochter in den Kindergarten kommt, und jetzt braucht sie mich extrem, also ich begleite sie, ich bin halt wirklich in dem Kindergarten. Und ja, ist die Zeit, in der ich eigentlich am Arbeiten wäre, die ich jetzt nicht habe. Das ist im Moment so ein bisschen, ja, muss ich auch einfach annehmen, es ist jetzt so, und ich mache das, und es ist gut. Aber es fehlt halt einfach Zeit, wie soll ich sagen, gross aktiv sein den Tagdauer. Am Abend, da kannst du schon noch Leute anschreiben, aber es ging ja auch darum, mal das Telefon in die Hand nehmen, und so Sachen. Ich habe am 22. Oktober das Webinar gehabt, mit 17 Frauen, und dort hatte ich auch noch zu tun, also dort könnte ich auch noch mal nachfassen. Flyer, die habe ich bereits, das wäre noch das Ziel, dass die noch mehr rauskommen, das ist auch noch, und da habe ich noch einen Frauenbund, die werde ich an der GV besprechen, ob ich da Vorträge machen darf, wo ich auch noch mal dranbleiben darf, aber sonst, ganz ehrlich, es ist gerade nichts geplant, so wirklich etwas, also ich darf es noch angehen, ich darf die Planung noch angehen. Das ist gut, wichtiger wie es planen ist, am Schluss zu uns umsetzen. Es ist natürlich völlig verständlich, wenn du zu den ersten Kunden hast, dass das einmal so ein gewisser Druck, eine gewisse Last von der Schultern nimmt. Was meine Erfahrung noch halt immer ist, dass du jetzt als Loslaut definierst, oder gesagt hast, ich glaube einfach, so ein Business ist immer eine Wellenform. Und das ist auch so, weil man, es gibt Phasen, da tut man ganz viel machen und es passiert nichts, und irgendwann macht es Klick und plötzlich kommt dann ganz viel rein, ohne dass man viel macht. Und das ist natürlich die Frage, wahrscheinlich ist das eben darum passiert, weil man vorher lange viel gemacht hat und also der Output nicht gekommen ist und irgendwann startet es. Und wenn du eben dann halt lang zu wenig machst, dann gehst du nachher auch wieder in ein Loch, oder? Wo dann plötzlich wieder nichts mehr läuft, weil du die Vorarbeit nicht geleistet hast. Und dann musst du halt wieder Vorarbeit leisten und durch den Moment, bis es wieder weitergeht. Die wenigsten gehen einfach nur ständig und ständig nach oben, sondern es ist normal, es sind so wellenförmig. Das muss man sich bewusst sein, das, was du heute machst, hat jetzt nicht vielleicht auf morgen einen Einfluss, aber vielleicht auch in drei Monaten. Dann ist es ja auch klar, Prioritätensetzung muss tendenziell kind, logischerweise immer wichtiger. Wenn du wenig Zeit hast, ist es umso wichtiger, dass du dir gut überlegst, was sind die wichtigsten Sachen, die ich jetzt muss machen. Weil dann merkst du, okay, ich kann jetzt nicht mehr alles machen, ich habe vielleicht einmal vorgehalten, da etwas zu posten, das noch zu machen, Tag auf Leier verteilen, da noch dieses machen. Und mit wenig Zeit ist halt wirklich die Frage, die du dir musst stellen, wo habe ich im Moment den grössten Hebel? Mit welcher Tätigkeit kann ich jetzt gerade am meisten auszuholen? Und da glaube ich jetzt einfach vom Hosen sind die 17 Leute, die im Webinar gewesen sind, etwas vom Wichtigsten. Und das ist am 22. Oktober, so ich gesagt, das ist also irgendwie schon 10 Tage her oder fast zwei Wochen bald, nicht zu viel Zeit vergehen lassen, sondern da wirklich dran gehen, weil einen Monat später die noch anschreiben, ist auch schon zu spät, das ist wie vorbei. Die Frage ist, wie holst du sie? Vielleicht mit denen jetzt mal in so ein 30-Minuten-Gespräch gehen oder 15-Minuten-Gespräch gehen, nur in ein 1 zu 1, wo du nochmal individuell auf jede einzelne eingehen kannst, dass einfach die Händen das Interesse, sonst hätten sie nicht am Webinar teilgenommen. Also vielleicht gibt es einen Teil, wo einfach Kolleginnen sind, die du kennst, die halt einfach mal rein schauen wollen, weil sie dich auch haben unterstützen und mal schauen, was machst du überhaupt. Aber dann gibt es ja sicher einen Teil, wo wirklich, wo du vielleicht gar nicht kennst, wo irgendwie das Webinar von dem Webinar gehört hat und sich mal angemeldet hat. Also die haben Interesse, sonst machst du nicht an dem Webinar mit. Und jetzt, die sind wirklich jetzt wertvoll, solange es noch warm sind und wenn halt irgendwie wieder so das Feuer abgekühlt ist, dann ist es auch wie zu spät, also dass du nicht dran bleibst und nicht probierst, jetzt nochmal neue zu holen. Das ist auch, was ich vorher gemeint habe, bei der Martina aus dem Netzwerk raus. Nicht immer das Nächste planen und dann hast du wieder neue und dann planst du das Nächste. Sondern das, was du jetzt hast und das sind 17 potenzielle Kundinnen, die jetzt fertig bearbeiten und mit denen wirklich schauen, hey, was ist genau dein Bedürfnis im Moment? Du bist in meinem Workshop gewesen oder im Webinar, wenn wir einmal 15 Minuten reden, wo du genau stehst, wo ich dich vielleicht unterstützen könnte. Machen wir doch mal einen Terminvorschlag und dann probieren, einfach dran zu bleiben. Weil das sind 17 Leute, die vielleicht die Kundinnen werden. Stell dir vor, die würden alle 17 kommen, du hättest gar nicht so viel Kapazität. Also wenn ja nur eine, zwei von denen nochmal zusagt, bist du ja eigentlich schon für den Moment voll. Oder? Und viel wichtiger, dort dran zu bleiben und dann hast du vielleicht eben die Aussenden, die zahlende Kundinnen, die die nachher weiterempfehlen können und so den Ball in die Rolle bringen, weder immer nur nach vorne schauen und nochmal mehr und ich brauche mehr und ich brauche neue Follower und ich brauche dann die, sondern die bestehenden, die du hast, die folgen, dort dran gehen. Wirklich ganz wichtig. Also eben ist genau das Gleiche wie das, was ich bei Martina gesehen habe, vorher mit dem Netzwerk treffen. Und häufig unterschätzt man den Wert von den paar Kontakten, die man wirklich bereits hat. Aber hey, du hast die ersten Kundinnen, eben Druck. Ich bin ein bisschen weg. Es ist auch immer ein Proof of Concept. Du merkst, hey, mein Angebot kommt an. Es gibt Leute, die das zahlen. Es gibt Leute, die das brauchen. Es ist ein extrem gutes Gefühl und ich bin sehr zuversichtlich, Martina, dass das in den nächsten vier Wochen, wo du so viel geplant hast, bei dir auch passiert. Und dort wirklich eben ganz wichtig, wenn du das Netzwerk treffen hast, wenn du so ein Webinar hast, nicht drei Wochen warten mit Anschreiben. Die Leute sind vielleicht in dieser Zeit auch schon wieder an drei weiteren Webinaren gewesen oder die Netzwerke treffen und haben das schon wieder vergessen. Sondern dort wirklich dann dran zu bleiben. Genau. Das ist ja, du kannst ja dann auch gerade, also ich plane es auch gerade ein, nach dem Netzwerktreffen eine Stunde fix buchen, dass ich das auch schön nachbearbeiten kann. Genau. Genau. Unbedingt. Und dann kommt es gut. Jasmin, mit deiner Erfahrung, wir haben vorhin bei Martina gesagt, das Angebot bleibt auf der Seite. Du hast jetzt die ersten zahlenden Kundinnen gehabt und bist du der Meinung, dein Angebot stimmt so? Oder fährst du irgendwo noch daran, daran herumschreiben? Oder schaust du jetzt einmal deine Grundlagen und von dort aus kann man dann diskutieren? Also ich glaube, ich wäre nicht Jasmin, wenn ich nicht schon wieder das Gefühl hätte, ich müsste irgendwie etwas schreiben. Ja, ich habe wirklich, ich habe wirklich wieder gestudiert. Ist es wirklich richtig oder soll ich einfach einen Stundenansatz haben? Also weisst du, ja, ich bin es am rausgespüren. Aber ich glaube, das zeigt sich dann mit weiteren Kundinnen, wie es dort läuft. Ich habe jetzt das Gefühl, bei beiden wäre es vielleicht gut gewesen, einen Stundenansatz. Ich weiss es nicht, ich kann dir das nicht sagen. Also ich stehe jetzt wirklich hinter meinem Angebot. Also ich habe ein mega gutes Gefühl. Ich glaube, meine Schwierigkeit ist im Moment einfach wirklich abzuschätzen, wie viel Zeit braucht es. und dann bist du dort und bist zweimal dort und hast eigentlich immer noch nie, also, wie soll ich sagen, das Angebot ist immer noch nie klar. Wolltest du jetzt eins, zwei oder drei? Weisst du, das ist aber meine Kommunikation. Ich glaube, da hätte ich noch mehr dranbleiben sollen. Ja, ich denke, also je nachdem musst du dir auch überlegen, wann ist Rechnungsstellung und wann ist nachher Zahlungsfrist und wenn du jetzt drei Mal drei Stunden gehst, würde ich nicht erst nach denen drei Mal drei Stunden die Rechnung stellen, sondern dass man vielleicht sagt, ich komme das erste Mal und dann wird die Rechnung gezahlt und dann komme ich noch zweimal. Das sind ja auch Learnings, die du machen musst und lernen musst. Oder sie zahlt in drei Raten, wenn es nicht geht. Oder was auch immer. Also da bist du ja völlig offen, aber über das gleich am Anfang reden. Ich denke halt einfach, weisst du, mit dem Stundenansatz ist es zwar für dich einfach, dass du zum Schluss eine Rechnung stellen kann, aber für die Kundin ist es ja vielleicht umso schwieriger, weil sie ja noch viel weniger eine Ahnung hat, wie viele Stunden brauchen wir jetzt am Schluss wirklich. Und ich als Kunde, und so bin ich, das ist jeder ein bisschen unterschiedlich, also man kann nicht immer auf andere Rückschlüsse machen, ich weiss nicht, wie sie sind, ich kann lieber, wenn ich von Anfang an weiss, was es mir kostet. Und wenn ich weiss, okay, die Asmin kommt zu mir, wir räumen mein Büro auf und das kostet mir 360 Franken und dann ist es wie dein, dein Problem als Anbieterin, wenn du vier Stunden hast anstatt drei Stunden, du bekommst halt einfach die 360 Franken rüber und dann hast du halt eine Stunde länger, ich sage jetzt, dann hast du eigentlich eine Stunde gratis gearbeitet, oder? Aber ich weiss, es kostet mir 360 Stunden und wenn wir nur zwei Stunden haben und mein Büro ist aufgeräumt, hast du dafür eine Stunde weniger gearbeitet. Aber es ist doch mir gleich, ich will mein Büro aufgeräumt haben, ich will da Ordnung haben, also ich zahle für da 360 Franken, so viel ist es mir wert. Und ich habe das dann nicht gerne, wenn du dann nachher du sagst, ja, ich weiss nicht genau, wie lange das wir haben, ich habe einen Stundenansatz von 120 Franken, ich komme halt einfach mal und dann schauen wir. Da bin ich immer so, mir persönlich scheisse das an, ich bin dann skeptisch, weil ich sage, ja, und am Schluss haben wir sieben Stunden und dann kostet es mir plötzlich 900 Franken. Und darum ist natürlich die Klarheit, für dich ist es einfach zum Rechnen zu stellen. Für den Kunden ist es aber noch viel schwieriger einzuschätzen. So hat er einen kleinen Rahmen und sieht, ja, ich habe dreimal drei Stunden gebucht, dann kostet es am Schluss knapp 1'000 Franken. Ist eine schwierige, also es ist immer eine schwierige Diskussion. Und Preisfindung ist immer etwas mega, von so vielen Seiten angeschaut, etwas Schwieriges und die entwickeln sich. Aber, ich glaube, dass es gleich wie bei Martina, du hast einmal dieses Angebot, schaue mit Kunden, die Kunden, die Interesse haben, dort hast du eine Grundlage, um darüber zu reden. Und wenn die eine sagt, ja, ich brauche die doppelt so lange, und gibt es nochmal etwas zu machen, oder jemand sagt, ja, kann ich mal einfach eine Stunde machen, dann musst du in dem Moment wissen, fühlt sich das für dich gut an, möchtest du mit dem zusammenarbeiten und wie viel verlangst du denn für die Stunde und willst du es mal ausprobieren, ich meine, was hast du zu verlieren? Dann weisst du nachher, funktioniert es oder nicht. Aber erst dann, dir das zu überlegen, wenn du wirklich konkrete Anfragen hast und nicht im Vornherein. Du kannst stundenlang anhocken und irgendwie Preislisten auf den Tisch schreiben und dann merkst du bei der nächsten Kundin wieder, es passt nicht. Das wäre ja nicht fair. Also, es ist, ja. Also, dann am Anfang bei der ersten Kundin auf die Seite legen und dann mit 1 zu 1 wirklich schauen. Und dann bin ich mir sicher, das kommt gut. Ich habe mega Freude, hast du deine erste Kundin und bei der Martina tun sie es gut, es kommt gut. Jetzt ein bisschen resetet am Monat und jetzt den nächsten Monat richtig Gas geben, weil, und das ist etwas, wo man auch ein bisschen muss sagen, Dezember ist in der meisten Branche, an den meisten, nur immer so oder so ein bisschen ruhiger, weil alle haben Weihnachten und alle haben Weihnachtsessen und alle machen ein bisschen weniger. Dezember ist dann auch wieder in ihrem Monat zum mal wieder resetten und über neue Jahre mal ein bisschen das nächste Jahr planen und das eben auch für die meisten Kundinnen und Kunden. Darum jetzt im November nochmal Vollgas geben. So wie es geht. Haben ihr Fragen oder Tipps zueinander? Ihr redet ja, glaube ich, ganz viel miteinander und seid miteinander unterwegs. Und sonst würde ich sagen, für heute ist es, glaube ich, gut gewesen und gebt Gas und ziehen es durch. Machen wir es. Danke. Perfekt. Ja, danke euch. Einen ganz schönen Tag. Macht es gut. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss, zusammen.